Hallo Leute! In diesem Video wird es darum gehen, Länder zu erraten. Und zwar anhand von Emojis. Die Emojis werden diesmal nicht den Namen des Landes widerspiegeln, sondern die Kultur oder wofür diese Länder bekannt sind. Für jedes Land hast du 15 Sekunden Zeit. Solltest du mal länger benötigen, dann drück einfach auf Pause. Bist du bereit? Los geht's! Nummer 1. Was ist das für ein Land? Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Land aus? Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Land aus? Hast du's gewusst? Es ist unser Nachbar Frankreich. Nummer 3. Was ist das für ein Land? Bist du drauf gekommen? Es ist Indien. Nummer 4. Was ist das für ein Land? Hast du's gewusst? Es ist Land und Kontinent zugleich. Australien. Nummer 5. Welches Land ist diesmal gesucht? Bist du drauf gekommen? Es ist England, beziehungsweise das Vereinigte Königreich. Falls dir dieses Rätsel bisher gefällt, dann schau dir nach diesem Video unbedingt auch mein anderes Länderraten-Quiz an. Du findest es oben rechts in der Infokarte. Nummer 6. Wie sieht's mit diesem Land aus? Hast du's erraten? Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA. Nummer 7. Erkennst du auch dieses Land? Bist du drauf gekommen? Es ist der Rekord-Tulpen-Exporteur. Die Niederlande. Nummer 8. Was ist das für ein Land? Es ist der Sitz der Europäischen Union. Belgien. Nummer 9. Wie sieht's mit diesem Land aus? Es ist das Land mit den meisten Einwohnern auf der Welt. China. Nummer 10. Was ist das für ein Land? Nummer 9. Hast du eine Idee? Es ist das nordamerikanische Kanada. Das waren 10 Länder, getarnt als Emojis. Wie viele Länder konntest du erraten? Und hast du vielleicht schon mal eins dieser Länder besucht? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.